Du warst in Deutschland für einen Monat und hast dort auch gearbeitet. Und ich denke mir, du sagst gerade, ich habe dir eine deutsche Frage gestellt, dass doch der Unterschied zwischen deutschen und kanadischen Kunden doch da... Ja, da ist ein großer Unterschied. Also was ich in Deutschland gemacht habe, waren auch speziell eben Seminare, die ich auch hier in Kanada leite, also Live-Valance-Seminare. Das ist so eine Einführung für Unternehmen, weil es auch für Unternehmen immer mehr Sinn macht, sich darum zu kümmern, dass ihre Mitarbeiter bessere Live-Valance haben. Und weil sie dann eben effektiver sind und länger mit der Firma bleiben und einfach oft sich wohler fühlen und dadurch mehr leisten dann auch. Und die Seminare, die ich jetzt in Deutschland gegeben habe, dabei ist mir eines aufgefallen, erstmal eine Gemeinsamkeit, dass durch die Bank wirklich man selbst oder die Zeit, die man so für sich selbst hat, dass das eigentlich als erstes auf der Strecke bleibt. Also so Zeit für Familie und Zeit für die Eltern, die Kinder und so weiter, das wird immer irgendwie noch gemanagt, aber so wirklich mal Zeit für sich selber und entspannen und mal tief durchatmen, und das ist es wirklich, was so auf der Strecke bleibt durch die Bank. Also ob man da Kanadier ist oder Deutscher, es ist dasselbe. Ich meine, es ist ja auch am einfachsten, von dieser Zeit zu nehmen. Keiner beschwert sich. Keiner beschwert sich. Außer man selbst. Und ich glaube, dass viele auch ein schlechtes Gewissen haben, wenn man sich einfach mal hinsetzt und mal nichts tut. Genau, das schlechte Gewissen. Und auch immer so dieses Gefühl, dass es ja noch so viel zu tun gäbe und dass man ja eigentlich noch was anderes machen müsste. Ich denke, dass sich die wenigsten darüber im Klaren sind, dass wirklich, wenn man sich diese Zeit für sich selber nimmt, dass man dann danach viel produktiver wieder ist und viel effektiver und dann die ganzen Sachen, die man ja noch machen müsste, dann auch leichter geregelt kriegt danach. Ist es eigentlich auch wichtig, wie man diese Zeit für sich selber verbringt? Und ob ich jetzt nur eine Stunde vom Fernseher sitze für mich selber oder ob ich ein Buch lese oder ob ich spazieren gehe oder ob ich, oder ist das wirklich, dass man das demjenigen selber überlassen sollte? Ich meine, gut, ist wahrscheinlich gesünder, wenn man spazieren geht. Ja, aber, genau, du hast die Frage schon selbst beantwortet. Also es ist sehr, und ich denke, es ist oft auch so ein Effekt vom diesem überstrapaziert sein, dass man dann, wenn man mal Zeit für sich selber hat, eigentlich auch nicht mehr mit sich anfangen zu weiß und dann eben vor dem Fernseher sitzt und auch völlig erschöpft, dass keine Energie sozusagen mehr hat, dann noch auf den Spaziergang zu gehen und so. Also ich denke, das ist mehr so ein Symptom davon, dass man sich eigentlich nicht genug Zeit für sich selber nimmt, wenn man sie Zeit hat, dass man dann, dass die Menschen dann eben vor dem Fernseher enden, sozusagen. Ja, gar nicht mehr schaffen, davon aufzustehen, einfach sitzen bleiben. Erzähl doch mal ein bisschen mehr von diesen Seminaren. Du hast in einem Monat elf Seminare gegeben, richtig? Das war wahrscheinlich für dich auch ein bisschen stressig, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, also es waren dann immer zwei Gruppen am Tag, also vierstündige Seminare und also eben vormittags eine Gruppe, nachmittags eine andere Gruppe. Und ja, das erfordert schon eine Menge Energie, sich dann auf so eine neue Gruppe zweimal am Tag sozusagen einzustellen. Ja, was ich sehr interessant fand, so also jetzt an den Unterschieden, also was ich festgestellt habe, ist natürlich einerseits ist eine sehr andere Arbeitsmarktsituation in Deutschland momentan. Also einfach so ein größerer Druck wird empfunden, also dass man eventuell seinen Arbeitsplatz verlieren könnte. Also da ist mehr Angst und mehr Druck so im Spiel. Und ich denke halt auch da wieder so der kulturelle Unterschied, dass einfach ein größeres Sicherheitsbedürfnis da ist in Deutschland. Also Sicherheit und Stabilität werden sehr, sehr hoch gewertet. Und während hier in Kanada haben sich die meisten Leute damit abgefunden, dass man eben sehr leicht alle paar Jahre den Job wechselt und sich wieder neu umorientiert. Und ich denke, dass da so eine viel größere Flexibilität so von der Kultur her da ist. Und ja, und jetzt eben so mit dieser etwas angespannten Arbeitsmarktsituation in Deutschland, die Kombination, also da habe ich so das Gefühl gehabt, dass doch sehr, sehr hohe Stressempfindung einfach da ist, so in Deutschland. Und ich denke, dass wir jetzt noch ein paar Jahre in Deutschland haben.